I'll teach you another shuffle Stand der Dinge im Bowserland Wo sieht's aus? Doch bevor wir jetzt weitermachen Kehren wir kurz zum Kaskadenland zurück Es geht nämlich um das gewisse Bild Die dürfen nicht Die dürfen nicht Die dürfen nicht Fuck Das hab ich jetzt nicht bedacht Ich dachte wir könnten nochmal weg Aber nee anscheinend nicht Also da war jetzt Zeit verklemmert Und Egal ich denke wir sind auch so Okay Noch so ein bisschen Unter anderem gibt's ja auch über unsere Insel noch Teil weitere Mode Was ich mich schmacken will Fällt das schon mal gut an? Ach Ach Fuck ey Alter! Ich wollte springen! Warum klappt das manchmal nicht? Ah, das ist jetzt echt nicht mehr ernst. Ich war in der letzten Session bei hier. Das waren nicht bald so lange wieder. Ich war in der letzten Session. Ach, komm! es ist immer wieder von dach ich könnte nicht inzwischen steigen lassen weil das ist echte reinzuholen Mann, so. Ich... Aaaaaaah! Das war's für heute. Okay, dann kommen wir den. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.